In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Android-Apps bzw. APKs auf eure Pico Neo 3 Links sideloadet und wie ihr dann zum Beispiel Spotify beim Zocken hören könnt. Bleibt dran! Genau, das ist auch ein schönes Beispiel der Pentiment-Trailer, der lief während dem Xbox-Showcase. Wie gesagt, neues, kleineres Projekt von... ...wie er dann in Interviews im Nachgang an den Reveal, weil vorher wusste man ja gar nicht, dass das existiert. Zumindest wusste man nicht, wie es heißt. Es hat ja so einen Projektnamen und so weiter. Und damit herzlich willkommen bei Ikuma Games. Wie ihr bereits hören konntet, habe ich einen Podcast im Hintergrund über Spotify laufen und kann ganz normal ein Spiel auf der Pico Neo 3 Link starten und spielen. Das könnt ihr zurzeit mit der Quest 2 nicht. Dafür müsst ihr Spotify auf eurem Gerät sideloaden. Ihr benötigt dafür lediglich eine APK eurer gewünschten App. Ihr könnt auch jede andere beliebige Android-APK auf der Pico Neo 3 Link nutzen, zum Beispiel YouTube oder Discord. Ihr könnt also Discord im Hintergrund nutzen, um während des Zockens mit Freunden zu quatschen. APKs speichert ihr einfach direkt auf eure Pico, indem ihr dieses an einen PC anschließt. Am besten erstellt ihr hierfür einen APK-Ordner. Später zeige ich euch, wie ihr direkt vom Gerät an APKs kommt, wenn ihr zum Beispiel keinen Zugang zu einem PC habt. Im Headset müsst ihr den Dateimanager bzw. die Ordnerverwaltung starten. Dort wählt ihr direkt APKs aus oder sucht diese manuell auf eurem Gerät. Klickt auf eure APK und installiert diese. Nicht jede APK wird funktionieren. Wenn es klappt, bestätigt euch, dass euer Headset mit App wurde installiert. Dann seht ihr die App schon in eurer Bibliothek und könnt es starten. Die Apps verhalten sich wie normale Smartphone-Apps. Wenn ihr keinen PC habt, könnt ihr APKs auch über den integrierten Browser herunterladen. Hierfür startet ihr den Pico-Browser und googelt nach euren gewünschten Apps. Es gibt einige Webseiten, welche euch APKs anbieten. Es gibt sogar eine Android-App, mit der ihr direkt APKs herunterladen könnt. Das habe ich allerdings nicht getestet. Im Browser könnt ihr die APK direkt installieren. Sollte das nicht klappen, könnt ihr die APK nochmal in der Ordnerverwaltung auswählen. Und so einfach könnt ihr viele Android-Apps auf eurer Pico Neo3 Link installieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und Abo freuen. Danke fürs Zuschauen, haut rein, ciao.